jetzt was war das für ein Alarm Speichervoll Speichervoll wenn wir das hier schräg machen das hier schräg machen muss das hier hochkant ok ich habe einen Plan ich habe einen Plan wir wollen ja dass es auch stabil hält deswegen gucken wir überall wo diese Rillen sind dass wir da so ein Keks komplett drüber dass wir nicht irgendwo am Ende dann halt so haben dass irgendwie Rille über Rille ist damit es halt stabiler ist die Ziegelsteinchen kommen aufs Seite wie gesagt ich habe einen Plan ich liebe das wenn ein Plan funktioniert das ist jetzt ein Stück höher als das Seitenteil aber das macht nichts das ist ja gewollt das ist tief genug das ist alles das ist so gut für die Tetris Spiele ja Tetris naja ne bin ich voll gut drin deswegen kann ich das hier wahrscheinlich auch gut naja deswegen lass ich dir das ich hasse Tetris mhm so ich bin der Grobmotoriker haha für sowas bin ich überhaupt nicht geeignet dann haben wir das hier dann verteilen wir das halt bleibt zusammen drücken wir das ein bisschen nach außen und hier kommt jetzt ein ganzer Keks rein wir drücken hier die Ecke runter und verteilen sich das so rum und selbst wenn das dann nicht stabil genug ist wird ja nochmal mit Schokolade bemalt weil bei Häuser brauchen nur mal Außenlack sonst geht die Wand kaputt Grund ist das ja eigentlich voll übertrieben okay machen wieso ich finde das schön na mit Zeit für zwei mach ein schönes Video für unsere Nachfolger die auf dieselbe dämliche Idee kommen alles selber zu machen oder auch kurz ratlos stehen und weil ich hab bei Rewe überhaupt gar keinen Lebkuchen in der Zeit gesehen also Lebkuchenhaus ne unser Rewe hier oben hatte das nicht wahrscheinlich weil in der Vergangenheit so wenig davon gekauft wurde dass es sich für den Rewe nicht gelohnt hat wir machen auch heute noch so wenig ja wo bleibt die Weihnachtsstimmung hör mal Geschenke sind nicht alles ja das auch und wir feiern heute auch gar nicht wir machen heute einfach einen ruhigen einen Familienabend genau wofür sie eigentlich gedacht ist na da stoße ich schon mal auf die erste Hürde hier muss noch Kleber wieso nicht das Kleber ja weil es klebt weil es klebt weil es klebt Es stimmt was Mom Kind bl Bru